Blub, blub, Leute! Willkommen zurück zu Let's Play Divine Divinity. Wie immer, erst der Speicher am Anfang, naja. Wir haben uns hier am Markt umgeschaut. Das ist wohl nicht Glas, würde ich gerne mitnehmen. Egal. Und haben mit den Leuten hier geredet, haben ein paar Quests bekommen und haben sogar mit einem sehr wohltätigen Mann gesprochen, der uns eine ganz besondere Quest gegeben hat. Nämlich die von Nerikons Garten, da wo ein Schatz drunter verborgen sein soll. Magische Missgeschicke Teil 6. Nuscheln und Gedächtnislücken. Häufigste Todesursache bei der Ausübung von Magie in Volksschritten im Alter. Ja, eigentlich generell. Also mir wird das alles zu merken. Teil 5. Wirkungsdauer von Sprüchen. Strategische Raffinesse im Einsatz von Kampfmagie. Jo, definitiv. Leider hier nicht so wertvoll wie in anderen Sachen. Siehst mir wie eine Zauberin aus. Kannst du was Essbares aus dem Nichtzaubern? Es tut mir leid, ich habe gerade noch wenig Zeit zum Redenschüssel. Ja, okay. Leider kann ich das nicht. Wow! Der hat coole Sachen hier. Süßes Regal. Du hast aber Zeug, das jeder sich lesen kann. Die Abenteuer des Piraten Omare. Vierter Teil. Nach dem Ableben des berüchtigten Piraten Omare versuchen viele es, Omare in Verruchtheit und Ruhm gleichzutun. Und somit seinen Nachfolger anzutreten. Die kommenden zwei Jahre waren gezeichnet von einem blutigen Machtkampf unter den Piraten. Dieser Kampf war den Händlern mehr als willkommen, da sie endlich wieder recht unbehelligt ihren Geschäften nachgehen konnten. Ein vielversprechender Nachfolger Omars war ein Hühne namens Fletcher, ein ehemaliger Söldner, der sich der Piraterie zugewandt hatte. Jedoch war Fletcher eine Landratte und so geschah es, dass er und seine gesammelte Mannschaft starben, da durch sein Befehl das Schiff vom Kurs abkam und an einem türkischen Riff zerschellte. Ja, beste Kerl. Noch mehr, das sind alles Zeug, das man nicht gebrauchen kann. Oh, Goldmünzen, ja, das würde ich gerne mitnehmen, aber wenn ich das mitnehme, dann haust du mich wieder. Ist nichts dabei. Okay. Okay, kann ich mich an die hier vorbeischleichen? Entschuldig bitte, meine Damen, weil diese Tür wird zu meinem privaten Gemächern. Entschuldig, das wusste ich nicht. Eigentlich schon, nur es war mir egal. Ja, toll, jetzt hat die auf einmal verschlossen, der Sack, ne? Diese Tür ist fester verschlossen als die Bierkasse eines Zwergs. Scheißdreck. Walker. Seid gegrüßt. Kommt nur, kommt und stöbert durch meine Waren. Ich braue die besten Tränke im ganzen Herzogtum und alles gibt es zu vernünftigen Preisen. Ihr scheint ein großes Angebot an Tränken zu haben. Wer seid ihr? Mein Name ist Walker, unabhängiger Apotheker aus dem Süden. Was Walker nicht hat, das braucht man auch nicht. Das ist allgemein bekannt. Irgendeinen Trank. Habt ihr einen, der mir ewige Jugend verleiht? Ich bin ein ehrgeiziges Mädel. Okay, ich habe eine Droge, die ewiges Leben verleiht, bei wöchentlicher Einnahme, doch wird der Alterungsprozess dadurch nicht aufgehalten. Yay. Aber in 200 Jahren werde ich doch längst zum Skelett zerfallen. Ja, ein seniles lebendiges Skelett. Dieser Trank findet nicht viele Abnehmer. Ja, wie kommt das auch bloß? Oh, hier müsste ich mich jetzt ein bisschen eindecken. Aber der hat nicht viel Gutes, wie man sieht. Er hat einige Magietränke und so ein Mist. Und einige Heilungen. Aber wirklich nützliches hat er jetzt nicht. Dauerhaft nützliches natürlich. So, schaut die Heilungen und die Regenerationstränke. Und schon bin ich bei 7000. What? Weißt du was, da kann ich einfach sowas hier reinkloppen. Und noch eine. Und schon bin ich wieder raus. Und die brauch ich eh nicht. Oder? Ich weiß nicht. Soll ich? Vielleicht kriegen wir ja so auch noch ein bisschen was hin. Ich bin langsam echt blank, ne? Ja, die Kette passt noch. Die Kette passt eigentlich auch noch. Ich hab doch mal nur so'n Rubinring gehabt, oder? Ein bisschen Geistresistenz, ja. Mehr Wahrnehmung. Alles nicht so das Wahre, Leute. Alles nicht so das Wahre. Äh, was war immer, was war immer das jetzt war? Den könnte ich noch drauflegen. Joa, machen wir's so, hä? Mehr hast du nicht. So passt besser. Dankeschön. Tschüss. Warte mal, hast du noch was zu sagen? Ich suche noch einen ganz besonderen Trank. Ne, das ist es nicht. Äh, ich hätte gerne etwas äußerst Seltenes. Und zwar keinen Trank, aber natürlich nur, wenn ihr so etwas verkauft. Ah, ich besaß so einen Gegenstand. Habe ihn aber gestern verkauft. Es ist, äh, es ist die goldene Münze des Transportes. Man kann sie nur zu, äh, man kann sie nur zu Boden fallen lassen und wenn man sich nach ihr gebückt hat, war man an einem anderen Ort. Ich habe sie närrischerweise einem ehrlich aussehenden Gentleman zur Ansicht überlassen. Und bevor ich, äh, Eigenschaften und Preisen nennen konnte, ist er auch schon damit verschwunden. Allerdings habe ich die Genugtuung, dass er höchstwahrscheinlich jetzt gefangen ist. Die Münze bringt einen an zwei verschiedene Orte. Abhängig davon, auf welcher Seite sie landet. Beide ohne Ausgang. Es gibt einen dritten Ort, eine Höhle angefüllt mit vielen Schätzen, aber der Dieb muss schon ein unglaubliches Glück haben. Man gelangt nur dorthin, wenn die Münze auf ihrem Rand landet. Okay, finden wir die noch oder so? Haben wir eine Möglichkeit, sie zu finden? Das würde ich jetzt gerne. Oh, und der mag uns jetzt nicht mehr so, weil wir versucht haben, in seine Gemächer zu gehen. Mano, aber ich will. Ich will hier so ein bisschen plündern, Mano. Ihr müsst ja doch verstehen, Mensch. Ihr Händler, ihr. Ihr kostet viel Geld, mit euch hier zu verkehren. Und ich hab nur 47.000. Wahrscheinlich mehr als ihr die meisten habt, aber... Okay, wir haben auch die Karawane übrigens nicht gefunden bisher. Guck mal, ein Trainingsplatz mit Blut. Und Söldnern. So, machen wir mal wieder ein paar Söldnerplatte. Auch geil. Ich will zu dem Garten, Leute. Oh, guck mal. Eine Truhe. Wie wunderbar. Mit einem Schlüssel, den ich hatte. Uh, Königsschild. Ja, den hatte ich auch nach einer Weile. Der war super. Mit meinem Krieger und eine Todesklinge. Oh, schaut's euch an. 44 bis 107. Wie geil ist das denn? Dieses Ding ist so super. Ein geiles Langschwert. Ja, und das hier sieht sehr nach einer Karawane aus. Die vielleicht mal Früchte hätte bringen sollen. Ein Grabstein. Hier ruht Maximilian. Er starb betrunken unter den Rädern eines Ochsenkarrens. Was schon Maximilian heißt, ne? Ähm. Soll natürlich keinen beleidigen, aber... Alle, die ich kenne, die so hießen, waren irgendwie komisch. Wieso stirbt man eigentlich betrunken unter den Rädern eines Ochsenkarrens? Das ist auch geil. Okay, hier ist der Weg zu dieser, ähm, Kathedrale. Guck mal Münzen. Ist aber nett. Dankeschön. Hier stehen drei Leute rum. Okay, wollen wir mal mit denen reden? Otto, Barry und Gina. Seid gegrüßt. Möge euer Leben voller Frohsinn und weiser Gedanken sein. Habt ihr von unserem Meister und seiner Lebensphilosophie gehört? Äh, nein, hab ich nicht. Interessieren mich auch nicht für euren verfluchten Kult? Ne, wer war euer Meister doch gleich. Unser Meister trägt den Namen Nemris. Und obwohl er uns nun verlassen hat über die Brücke des Regenbogens um eine höhere Lebensform anzunehmen, ist sein großer Einfluss auf uns alle von Dauer. Er hinterließ uns ein Buch, damit wir seinen Faden zu wahrer Weise erfolgen können. Ich kenne es auswendig. Vielleicht sollte ich es euch übergeben, damit auch ihr gerettet werden könnt. Nehmt. Aha. Äh, ich danke euch, doch bin ich wahrlich nicht in eurem Glauben interessiert. Wohlan, Freibeuterin, aber vielleicht könnt ihr uns ja trotz uns eures Unglaubens helfen. Der Zutritt zum Garten von Merikon hat uns verwehrt und wir können den Geboten unseres Meistern nicht Folge leisten. Der Garten ist verschlossen. Okay, das ist schön. Du hast nur Quatsch. Wo benötigt ihr den Schlüssel? Der Schlüssel zu dem Garten ist im Besitz eines Händlers namens Varek und glücklicherweise weigert er sich, ihn herauszugeben. So hindert er uns daran, dem Meister zu huldigen und dem wahren Pfad zu folgen. Ähm... Barry, ich vermag mein ganzes Wissen über das Leben in drei Worte zusammenfassen. Es geht weiter. Damit sollte eigentlich alles gesagt sein. Ja, du bist auch so eine Flitzpiepe. Äh, und du, Gina? Redet mit Otto. Er spricht mit der Stimme unseres Herrn, des Herrn des Lebens. Ja, nur nicht dem Herrn der Intelligenz, leider. Na gut. Aber das heißt, wir sind bei Merikons Garten angekommen, Leute. Geil. Das wird spaßig. Ja, ich renne extra nochmal zurück, weil... Wer weiß, was hier noch so sein könnte. Ich suche immer noch diese komische, äh, Karawane. Aua. Ich hab dir gesagt, du sollst mir nicht wehtun. So. Das war dein Lohn dafür. Für die Klingen in meinem Kopf. Guck mal an. Ah, das ist der Garten. Geil. Okay, cool. Das ist das Tor. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon mal drin war. Garten von Merikon. Ich glaube, das hab ich übersprungen. Da hatte ich keinen Bock mehr. Als ich das endlich raus hatte oder keine Ahnung. Oder er wollte es mir nicht geben, weil ich irgendwie doch ein bisschen Arsch war und manchmal ein paar Leute gekillt hab oder so. Naja, oder keinen guten Ruf hatte oder sowas. Egal. Auf jeden Fall gehen wir da jetzt rein. Ich will wissen, wo der Schatz ist. Gib mir Schatz. Gib mir. Herrlich. Tada. So. Mal gucken. Irgendwas mit Fröschen hieß es. Ah, wunderschöne Melodie. Wunderschöne Musik. Okay. Noch ist hier nicht so wirklich viel in dem Garten. Guck mal. Es sieht aus, als wäre hier ein Geheimgang oder sowas. Da sieht man voll die Texturen, dass sie zusammen geklatscht sind. Also die, ne? Was auch immer diese Umgebungsdinger. Was auch immer diese Umgebungsdinger. Ein schöner Garten, muss man sagen. Ich sehe aber noch keine Statue. Die Typen haben mich doch voll verarscht. Warte mal. Die haben mir doch das Buch gegeben dazu. Da. Der Pfad des Lebens von Nemris dem Weisen. Ein Mangel an Wissen kann schwerwiegende Folgen haben. Aus diesem Grund ist es so außerordentlich wichtig, im Leben Erfahrung zu sammeln. Jede Situation lässt sich von verschiedenen Seiten betrachten. Genau wie eine Münze, die zwei Seiten und einen Rand hat. Okay. Wenn euch nur eine Seite bekannt ist, werdet ihr in eurem Urteil fast immer fehlgehen. Wahrheit ist ein Verb, kein Substantiv. Um sie zu erfassen, bedarf es eines beweglichen Geistes. Und ihr müsst willens sein, die Dinge ständig aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten. Übrigens ist Wahrheit ein Nomen, aber naja. Ihr müsst alle möglichen gleichwertig betrachten. Alle möglichen gleichwertig betrachten. Gut, böse und neutral. Was ihr als gut betrachtet, gilt einem anderen Wesen als böse. Hattest du schon recht. Und umgekehrt kann Böses für euch, für andere Gutes bedeuten. Egal, für euch wie für andere wahrscheinlich. Es gibt nichts, was alleinigen Anspruch auf Wahrheit hat. Achso, kann Böses für euch, für andere Gutes bedeuten. Ihr müsst geprüft werden, um die Belohnung zu erlangen. Versagen ist die Domäne der Schwachen und kann nicht vergeben werden. Und betretet den Garten von Nerikon, meine Schüler, und sucht nach drei Statuen der Helden. Bis jetzt habe ich noch nicht so wirklich was gefunden. Wir gehen erstmal ganz entlang bis zum Ende. So, hier ist das Ende des Gartens und hier sind Statuen. Es sind drei Statuen. Eine können wir antatschen, eine fehlt. Okay. Wahrscheinlich, weil wir ein Magier sind, können wir die Magierstatue antatschen. Das ist cool. So, ja, da kommen wieder ein paar Untote. Macht doch irgendwie Mist. Wir sind wieder nahe dieser blöden, verfluchten Abtei. Da wimmeln es immer von Untoten. Das ist so nervig. Okay, wir sind einmal durch diesen Garten gesprintet. Beziehungsweise im Ausdauerlauf durch. Die erinnern mich irgendwie hier dran, oder? Ich glaube schon. Hier ist übrigens auch eine Statue. Drei Statuen der Helden. Okay. Dort werden wir geprüft. Vielleicht auch erst vom Magier, dann vom Ritter und dann von niemandem mehr, weil die Statue fehlt. Okay, vielleicht ist auch der Eingang. Die sind Frösche. Fröschis! Ich würde sie gerne nicht töten gerade. Danke. Okay. Hm. Irgendwas mit Fröschen. Das heißt, vielleicht ist dort der Eingang. Wollen wir erstmal zu der Statue gehen und uns prüfen lassen. Weil wir cool sind. Hallo, Magierfreund. Ah, ja. Ich spüre die Nähe des Buches. Oh, meine Jünger, beweist mir nun, dass ihr meine Lehren versteht. Dann wird euch die Belohnung des Lebens zuteil. Äh, ja, ja, natürlich. Ich bin euer Jünger. Und ich habe eure Lehren verstanden. Prüft mich und ihr werdet sehen. Ich bin die Belohnung wert. Ja, ja. Das Leben ruht auf einem einzigen Fundament. Benennt es. Erfahrung. Sehr einfach. Zwei gegensätzliche Dinge bestimmen das Leben zu gleichen Teilen. Benennt sie. Ähm. Ha. Hä? Stand das drin? Da war es wahrscheinlich gut und böse. Es gibt auch drei Pfade... Hä, so Bullshit. Eigentlich hat man doch gesagt Wahrheit. Es ist mir egal. Es gibt drei Pfade des Lebens, deren Gleichgewicht der Schlüssel zum Sein ist. Benennt sie. Ja, natürlich ist es gut, die Neutralität und das Böse. Ihr versteht meine Lehren nicht, näheren... Oh, scheiße. Ups. Äh. Upsi. Ja, dann machen wir das nochmal. Natürlich verstehe ich die Lehren, Mensch. Mein Gott. Also, ähm... Ja. Warum nicht? Erfahrung. Gut und Böse. Dummheit, Klugheit und Unbefangenheit. Es stand aber nicht da drin. Das ist Tag nach der Dämmerung, ja. Das ist Tag nach der Dämmerung. Warum auch immer. Es stand da auch nicht drin, meine ich. Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Ja, ja. Ist ja gut. Ich verstehe die doch, Mensch. Warum? Ich verstehe das nicht. Es stand da nicht drin. Tag nach der Dämmerung. Ach so, ich hab vorher was falsch gemacht. Oh, natürlich. Und er tötet mich danach. Super, Vollidiot. Das gibt's ja nicht. Also, Erfahrung. Dann war es hier Wahrheit und Lüge, wie ich zuerst dachte. Und dann das Gute, die Neutralität und das Böse. Ja, ihr versteht... Ja, also. Nehmt die größte Belohnung dieser Welt entgegen, die Fähigkeit, eure Lebensenergie zu erneuern. Yay. Nur 8000. Das tat gut. Ich hab nur 8000 bekommen und Genesung gelernt. Ihr habt doch das Licht gesehen, oder? Ihr habt mit unserem Herrn gesprochen. Dem Herrn des Lebens. Ihr werdet jetzt unsere neue Herrin sein. Führt uns. Führt uns zu einem besseren Leben. Immerhin haben wir jetzt Genesung 2. Das ist doch schon mal cool. Äh, ja, ja, ja. Super. Ähm, Nerekons Garten. Ich hab den Schlüssel zu Nerekons Garten von einem der Händler gekauft. Dieser hatte mir von einem Mythos berichtet, nachdem irgendwo in diesem Garten ein Schatz versteckt sein soll. Er erwähnte auch irgendwas über Frösche. Ach, die will mir jetzt wirklich folgen, ne? Ihr werdet für uns alle eine Inspiration sein. Äh, ne, ihr seid für uns alle eine Inspiration. Unser Meister ist wiedergeboren. Ja, du bist ein dummer Truller. Äh, und du da? Was hast du denn? Geh weg. Meister, Meister, schenke uns Erleuchtung. Voll Idioten. Ah, ich habe das Licht gesehen. Ja, schön. Aber die sterbt ja bald. Und ihr werdet unweigerlich sterben. So, wie kann ich jetzt das mit den Fröschen machen? Muss ich ein Frosch werden? Das wäre doof. Weil ich es nicht kann. Ähm, ich speichere mal. Ich habe es leider die Typen an der Backe, aber... Oh. Der Frosch wurde zu einem Kaninchen und hat Schaden genommen. Super. Ich habe echt das Gefühl, ich muss jetzt ein Frosch werden können. Das ist echt doof. Leute, das ist echt doof. Ich könnte zu einer Katze werden, aber nicht zu einem Frosch. Ja, gut. Ich haue ab. Dann brauche ich jetzt eine Froschstatuette. Und ich weiß nicht, wo ich eine herkriegen soll. Ja, verschwindet. Darf ich wieder? Dankeschön. Jo, das war der Garten von Nerikon. Leider noch nicht so erfolgreich, wie ich es gerne gehabt hätte. Warte mal, vielleicht hat ja Mardaneos ein bisschen was. Hast du eine Froschstatuette, mein Freund? Ich weiß, dass ich irgendwo welche gesehen habe. Schon mehrfach, aber... Ja, den Kram könnte ich alles verkaufen eigentlich. Was bringt er mir, wenn er da rumliegt? Natürlich hat er keine, ne? Oh Mann. Ich will jetzt eine Froschstatuette sofort. Haben will. Oh, komm, vertippe ich alles. Jetzt bin ich auf jeden Fall überladen. Das ist total super. Ich muss erst etwas ablegen. Das Dumme ist, ich weiß halt nicht, wo. Das ist das Problem, Leute. Ich könnte nachschauen, aber ich habe irgendwie keinen Bock nachzuschauen gerade. Ah, wo könnte das nur sein? Lecker Schweinebraten. Schönes Abendessen. Ist gesättigt. Ja, nach dem Schweinebraten kann man es verstehen. Oh, ich habe ja ein Schild. Dabei. Können wir die Klinge ja nochmal abgelegt lassen. Jetzt kann ich auch wieder laufen. Sehr gut, ich habe ein bisschen was dabei. Ich werde mich jetzt mal umgucken, Leute. Wenn ich noch wüsste, wo die Truller ist. Mit der wir mal geredet hatten. Oh Mann. Der Magier hat aber dummerweise auch nichts dabei. Das ist voll doof. Ich will diesen Garten lösen. Aber guck mal, wie das hier aneinandergereiht ist. Das ist auch komisch. Hat jemand ordentlich geplant, ne? Und da oben geht es zum Dings. Da ist Magicana, habe ich. Da unten. Zwergenversammlung. Ja, da werde ich jetzt mal vorbeigehen. Denn da kann ich nochmal den Dings aktivieren. Hier oben kann ich noch einen schwarzen Fleck wegmachen. Sehr gut. Da kann ich ja noch den Zwergenteleporter aktivieren und mich dann irgendwo hinporten. Aber wo? Wo ist die Frage? Wo bringt es mir was? Wo finde ich, was ich suche? Eine Froschstatuette. Finde ich die. Aber hey, immerhin haben wir mal den Zwergenteleporter aktiviert. Wartet mal. Wenn ich mich jetzt teleportieren würde... Ich will erst mal zum Gasthaus, zum Zwergenbrot. Und mit den Teleporter noch schnappen, schnell. Dann haben wir nämlich alle bisher. Alle, die wir jetzt gesehen haben. Störtes Dorf, Orklager. Ich weiß nicht, wo eine ist. Wo jemand Elfenstatuetten hat. Gehen wir mal zum Zwergenbrot. Ich glaube, da waren doch auch die Heiler. Vielleicht hat ja jemand von denen eine. Blöd. Blöd, blöd, blöd. Ansonsten muss ich es aufgeben. Weil... Was soll ich machen? Also, dann muss ich es erst mal aufgeben. Natürlich nicht komplett. Weil wir werden natürlich den Garten noch erforschen. Und rausfinden, was es dort noch Schönes, Leckeres gibt. Immerhin haben wir 100 darin investiert. Ich will das nicht einfach so verkommen lassen. So. Noch einer der Zwerge. Brot, das betrunken macht. Das wäre doch auch mal was. So. Hier waren sie anscheinend leider nicht. Silvana. Was könnt ihr mir über diesen Kampf erzählen? Das ist ein grausames Schauspiel. Leute steigen für Geld. Kling Watzlef in den Ringer. Das ist ein ziemlich starker Bursche. Ich denke nicht, dass mich irgendjemand schlagen kann. Eine Leuchtmedaille, nett. Ich werde gehen. Oh. Hier steht noch unser Type rum. Der Voter. Achso, hier unten waren wir ja noch gar nicht. Aua. Was zur Hölle? Warum mag der mich nicht? Ich habe die Hunde doch nicht absiedlich getötet. Oder er mag mich nicht, weil ich da reingerannt bin. Das ist natürlich dumm. Ah. Armbrust, Strohhut. Er hat mich ja nur... Ah, ich hätte nicht in das Zimmer gehen dürfen. Dammit. Wo ist denn... Ich dachte aber, da wäre der Gang runter. Hier ist der Gang runter. Oh. Oh. Gehen wir doch mal den Kämpfen beiwohnen. Das haben wir ja noch nicht. Recht so. Lasst den Kampf beginnen. Halt, das ist genug. Ich kann nicht mehr. Oh, Watzlaff bleibt der ungeschlagene Champion. Nun, es gibt weiter... Gibt es weiter Herausforderer? Los, kommt schon. Sei nicht so schüchtern. Seid nicht schüchtern. Besiegt Watzlaff im Ring und gewinnt eine hübsche Stange Geld. Okay. Können wir ja mal versuchen. Ich meine, das haben wir schon zu verlieren. Aber Leute, das versuchen wir erst beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Divine Divinity. Bis dann, Leute. Tschüchüs.